um also wir kommen zurück auf meinen kleinen Bauernhof mit dem Daniel mit seiner Schropplitte und mit meinem schicken Schmerz der Wichtiger ist als eine Schropplitte hier willkommen zu Bauern so ein Frau okay wir müssen es nach oben durch die letzten Folge sind wir bei diesen armen Leuten eingebrochen wir sind eingebrochen wir haben das Haus besetzt wie die in Spanien hey es ist ein Jahr der Seite der Bar zu den Spanien wir haben ich habe gerade Montefall Cranberry ja bei der Jungs ist wo soll ich helfen ja wo war bei oben und jetzt da sind sie hätten jetzt ist es nicht wie so ein fleisch stadtleister auch ab m die reichert der radkreuz du idiot ich habe es gar nicht gedrückt der der Mann auch immer die Leidigkeit die Wieserung der Fluss von mir die Kumpel Diener die Kassel wir schon wieder ein Thema Was heißt für Thema? Ah, das sind Matratzen! Das sind auch Matratzen, oder? Ne, das sind Blödsinn. Warum hat er so viele alte Reifen? Warum haben die keine Felgen? Ah, jetzt kommen wir zu einem mit Felgen. Fang! Boah! Das ist Ralkholz mit runter, genau. Wie sagt er? Nein, er hat es nicht mit runter, genau. Ich wollte es runter und ich habe es vergessen. Wie willst du jetzt den Reifen fertig machen? Ohne Reifen raus. Bitte schön. Ich fahre das Auto. Nein! Mann, du blödsinn! Ja, hab ich... Guck, das war bei mir genau so. Lass es einfach liegen und geht runter. Dann hast du kein X-Trip. Alles. Bruder muss runter. Du kannst du noch mit anderen Sachen schauen, vielleicht. Hab ich doch schon. Aha. Ich muss so lachen, wenn das Ding auf euch wird. Ja, Dankeschön. Komm, das habe ich schon schneller gesehen. Ja, Formel 1, ne? Die machen das mit ihren Zehen fest, wenn sie keinen Schrauchschuh haben. Alright, let's lift this thing and move to Sport. Das ist ein Witz. Sieht doch gut aus. Looks like the battery is out of juice. Batterie? Yep, kann sein, dass die Batterie fehlt. Komm mal her, du musst ins Auto. Du musst kurz gehen. Du musst kurz gehen. Perfekt. Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Der wird heftig. Great. The car has 4 wheels now. That's a good start. Hallo. Hilf mir du Pipi. Der tut schon hier vorne schieben. Er steht hinten. Ach ja, das macht Sinn. Und hau ruck. Ich wusste sich das nicht bewegt. Ich kann aber leiden, oder was? Oh, ich bin halt. Halma. Ja, ja, geht hin. Woah, 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 woah. Was ist passiert? Ich lasse, ich lasse, ich lasse, ich lasse. Was ist passiert? Ich lasse, ich lasse, ich lasse. Ich lasse, ich lasse. Ich lasse, ich lasse, ich lasse. Ich lasse, ich lasse. Ich lasse, ich lasse, ich lasse. Jumper cables. Perfekt. Start, ich kann. Oh, ich kann das rein? Ja. Oh, das ist los, ich lasse. Oh, ich kann das. Danke schön. Das ist aus und aus. Das ist aus, Puff. Das bin ich. Ich will immer noch diese Tür öffnen. Das ist der Satz der Tür. Ich will auch die Tür öffnen. Ich will auch die Tür öffnen. So, jetzt zeig ich dir, wie das gemacht wird. So, jetzt zeig ich dir, wie das gemacht wird. One, one land hit. Hit pole und ringer. Oh, Mist. Ich bin der Champion. Ich wollte die Tür öffnen. Gesundheit. Oh, Mist. Oh. I rock. Und das ist... Boah. Was? Ja. Oh. Like a real farmer. Wahoo. Scheiße. Crap. There's no way you beating that. Du kannst mich kreuzweise. What a throw. Wenn du los hast. You lost. Nein, 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 nein. Jetzt will ich noch mal. Jetzt will ich noch mal. Ich bin geboren, das zu tun. Was ist das? Ich bin geboren. Ich bin der Champion. Ich rock. Bum. Ich bin der Champion. Bum. Bum. Nein! FUR! Like a real farmer! FUR! FUR! I rock! Nein! Wir spielen doch Hufeisenwerfen! Nur richtige Farmerkinder wie ich spielen das! Boah! So eine Windmühle ist schon was Fallendes. Windrad. Wie hoch! Oh! Das ist so riesig! Ach du Scheiße! Oh Gott, das ist riesig! Boah! Das ist so riesig! Boah! Das ist so riesig! Ach du Scheiße! Oh Gott! Das ist so riesig! Los geht's! Was da oben? Faster! Faster! Boah! Boah! Ach du Scheiße! Das war ja nicht! Wir lesen das Bauernleben! Da falle ich schon hundertundachtig nach Folgen lang, ne? Ach du mich mal um meine Hütte da draußen! Mit dem Wasserpump! Ah! Kann ich da was trinken? Kann ich da was trinken? Kannst du mal versuchen warten? Damit du immer vorgetritt musst! Boah! Das ist so riesig! Oh! 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 Wow! Das ist halt nicht unter Hochkriegraum! Oh! 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 Hey! Hey! Oh! 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 Hey! Oh! 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 Warum friss doch die Funde? Das ist eine Kuh und die ist weit nicht. Oh ey. Nein. Ich brauch Hilfe. Hier müssen wir die Hunde öffnen. Ach ja. Ach ja. Aber ich würde trotzdem wissen, wie die Hunde öffnen. Ah hier die Polie. Hä? Warum geht's okay? Also wenn ich das will, wenn du mir hieß, mein Truck zu reparieren. Dein Truck? Ja, ist mein Truck. Unser Truck. Hast recht. Let's see what they have. Oh! Das ist gut für die Knochen. Er trinkt aus der Flasche, stellt sie wieder zurück. Ja, ich meine, wir machen frische Milch, ne? Das ist doch nicht frische Milch, frisch gezackt von Männchen. Mh, lecker. Geh die Tür auf. Die Tür ist an der Lumpen. Ne, das will ich jetzt wissen. Das ist eine selbe Flasche wie du trinkt. Oh, heiluja. Ach, this beer must have been open for a long time. Okay, ich kann nicht mal was trinken, aber er... Oh, what's to marry, Jennifer, you are... Das soll jetzt für Tramberry, Entschuldigung. So lang könnt ihr sehen, wie ich, äh... Brabo! So lang könnt ihr sehen, wie ich ein Kunstwerk male. Woher war ich jetzt? Ich putze sofort wieder weg. Woher ich dafür wieder die Visage lehnen musste. Haha! Looking good, man! Come on! Are you serious? Okay... Okay... Entschuldigung... Köln noch zu leise die müssen die Uhr klingeln habe ich doch jetzt ist so es wird angezeigt was er so für Geheimnis Warnberg drücken jetzt bin ich da zusammen die Aussagen okay das ist krass so ich hab die Tür geöffnet aber auch nicht und hier ist ein Schatz es kommen die Doppelläufe geschrubt oh oh ich hab' nicht getan wie geil ich will ich will ich will nein du darfst nicht das ist mein Schatz er ist eben nicht es ist gefährlich alleine zu gehen was ja es ist er dafür beschreibe ich im Titel Zelda in the way out Fragezeichen ausrufen der Eilbruch Eisenmeister ich habe es will ich wie betrunken aber ich habe es ja nicht tun die Junge es gelogen es geht es bleibt es integrate es ist Totale Co Projekt ich mache jetzt es geht es geht Projekt wöch Manchmal muss man einfach ein bisschen Glauben in die Dinge haben, Leo. Was ist das? Wer hat man das immer gemacht? Ja, lass uns weg. Sie sind draußen. Hä? Sie sind draußen. Sie sind draußen. Ja, sie sind hier. Sie sind draußen. Sie sind draußen. Ja, sie werden hier alle Minute. Ich gehe auf sie. Nein, du bist hier. Es ist okay. Warte hier. Ich werde hier. Sie werden das bezahlen. ! Komm gut, wir gehen! Du musst ihn! Komm raus! Komm! Komm los! Komm! 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 Es wird KM das war jetzt gerade sehr merkwürdig um diesen 1.5 Minuten ist mehr passiert als ich erwarte ich habe auch geklaut also wie hat sich glaubt er ist ausgeliehen Rüger aber hey wir haben es ausgeliehen was ich da fahren stimmt da war ja was du hast die Gruppe dichter vor auch warum Hegel aufteilung mit vor Ort jetzt verweckt er auch noch vielleicht zwei Leute auf einmal kraft ja ja Okay. Was ist das? Faster, faster! Was ist das? Was ist das? Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Oh Gott! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Was ist das? Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ah, sch***! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Sch***! Das ist der Weg! Ich bin der Weg! Sch***! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Wofür? Ich bin der Weg! Oh, shit! Oh, hi! Oh, wir sind ein bisschen erschrocken, wir boys. Sparks are out, we got him now! All units from South to the bridge! Stop! You're under arrest! Stay where you are! Freeze! You okay? Stop! Yeah, yeah! Let's go! Come on! Get those bastards! Come on! Go, go, go! Mission runs! We can't stay here! We can't stay here! We can't stay here! We can't stay here! More of them! Get to the boat over there! Come on! Ach, man! We cracked this! Come on! Go, go, go! Hush! Hush! Ugh! Huh? Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away the better. Yeah, I guess you're right. Alright, start rowing. We need to get going. Hey, Vincent. Yeah? I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. What do you mean? There are no sharks in this water. How do you know? It's sweet water. You're a clever guy, Leo. But I really saw something, though. Probably fish. Yeah, whatever. Not fish. Probably seven. You know what? There could have been a crocodile. Seriously? I don't like crocodiles. Well, watch out, then. Hey, Vincent! Yeah? Think there aren't any bears in these woods? There are probably bears in these waters, Leo. Ha! How can I believe that? What? What? Looks like our peaceful boat ride is over. Some rough streams ahead. Oh! 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 Security! Oh, no problem! No obstacle! Go on! Yeah, I'm Deshalb. Change for the Rock! Hey! Get out of here and back! Because he's gone. Yes I don't have to be enough dirty now! Yeah, just don't, do what? Hold on Hey, watch out, some rough streams up ahead Paddle to the left, left, left Left, 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 left Go to the right Wouldn't it be fast if I just jumped in and swam? Yeah, sure, you try that I'll just stay in the boat I think we're through the wars for this The rest is just a smooth ride Left, I said left You're still out of the boat, right? I wanted to start out of the boat Daniel, you're still out of the boat I don't see anything Yeah, but you're still out of the boat I don't see anything Let's go down I'm still out of the boat Oh I think we're through the wars for this The rest is just a smooth ride I think you spoke too soon, Leo Look straight ahead This is Leo This is Leo No, this is Kano Holy shit AHHHHH What? Oh Yeah Hey, right Right, right, right Paddle, paddle, dammit Paddle, paddle, paddle Waterfall, waterfall Not done yet Yeah 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 weh und und was auch und und Watch out! The fuck? Pensek! Yeah? I'm coming! Alright! Okay. Grab that head! Come on! Grab it! die Joke das Gerag ich würde sogar mal eine Rippenliebe behalten, da würde ich sogar da runterfallen Ihr habt es gehört, wenn ich nicht mal mit ihm eine Klippe bin und er runterfällt, rede ich ihn nicht Ja, das hat bestimmt voll weh Du bist ein Jamalab Was hast du, oder? Eine Biene sticht ihn Ja Der ist nicht mal alleine geschafft Mami So Dann hast du eine Big City geschafft, ne? Wie, boi Das wird als Farb der Bild benutzt Schau Ich weiß, was du denkst Aber geh und nach ihm mit ihm Entschuldigung, Mann Ich weiß, aber ich geh und nach ihm mit und ohne ihn Du hast gesagt, Kano Du willst ihn nicht mit dem Karn Ich will ihn geholfen Ich will ihn geholfen Er ist ein kaltes Blut Der Welt wird ein besseres Ort ohne ihn Ich will dich nicht mit dem Karnow fahren Aber ich weiß jetzt schon Wenn du vielleicht mit dem Karnow Wahrscheinlich mit dem Karnow Schau mal, ist ein Boot Wir planen mit dem Karnow Nicht bei Channel 5 Also was ist passiert? Alles ging unseren Weg Wir hatten sogar einen Bewerb Aber dieser schuldige F*** hatte andere Pläne So ein News-Sender da Oh cool, der Karnow, Alter Aber was da passiert Was sehen wir in der nächsten Folge Warum er ist da? Warum nicht? Weil ich einen Blotpost haben will Ja, okay, okay Ich habe gesagt, das war's dann hier von A Way Out Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Und dann, ciao, kakao Alter Country roads Take me home To the place I belong West Virginia Mountain Mama Take me home